So Kameraden, jetzt brauchen wir ein kräftiges Hey von euch. Ja, 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 kurz und prägnant, kurz und prägnant. Weil wir wollen jetzt ja wieder unsere Singolder Polka spielen und da brauchen wir natürlich euch, sonst geht es gar nicht. Und wir machen jetzt auf drei ein fettes Hey, okay? Eins, zwei! Das war nicht schlecht, aber es war noch nicht fett genug, ja? Schaut uns an. Eins, zwei! Das ist gut. Wir proben den Einsatz. Ihr seid ja richtige Akustik Revolution Profis, muss ich sagen. Da brauchen wir das kein zweites Mal proben. Das klappt auf Anhem, ich wette. Achtung, meine Lieben, die Singolder Polka! Das ist gut. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das war's. Das war's.